So, hier... Wuppala. Was ist hier? Äh, zack. Was haben wir hier so? Äh, hops und nochmal hops und nochmal hops. Jo, gut durchgekommen würde ich sagen. So, mal gucken. Können. Äh, ging es hier lang? Ja, Monster. Die Monster. Noch eins? Ja, eins war gut. Stipp, 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 stipp. Ah, du bist tot. Ah, okay. Ich habe es wieder nur für Missles gemacht. Ja, das war wieder ein bisschen Zeitverschwendung. So, dann glaube ich... Genau, hier unten muss ich lang. Getarnte Falle. Au. Dum, 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 dum. Okay, also das ist ja wohl mehr als auffällig. Deswegen will ich kurz mal hier gucken, ob hier noch was Wichtiges... Ah, geh weg. Stirb. Alle zusammen. Ähm. Naja, da sind nur die Missile-Container. Äh, die Missile-Container ist ja nur einer. Okay, das war doof. Wir gucken, ob hier noch was war. Aber nebenbei hole ich mir eben noch den Missile-Container, da ich eh schon hier bin. Äh, nein, Moment. Erstmal hochholen. Moment, nochmal. Und hoch. Gut, dann haben wir wenigstens den. So, was war jetzt dahinten noch? Hier. Okay, nur Rückweg. Nehme ich mal an. Tooooooot euch allen. Totenbösen Monstern. Okay, dann können wir jetzt hier rein. Jupp, und wir können nie wieder zurück. Da wollen wir nicht allein. So, den wollten wir auch nicht. So, da geht's lang. Und wir kriegen wieder... ...ein unbekanntes Objekt. Juhu. Aha, Analyse ergebnisslos mit aktuellem Anzug nicht kompatibel. Ja doch, boah, ich brauch wieder Missiles. 70? Was? Woher? So, kommt raus. Hm, Moment. Ne, oben her muss ich. What? Wo hab ich 70 Missiles her? Ach, du Kacke. Mal sehen wir hier noch was. Ich nehm mal an, der richtige Weg. So nebenbei. Geh weg, du dummer Käfer. Äh. Bro, Käfer. Überall Monster. So wollen wir alle an den Kragen. Boah, Mann. Zu viele Monster. So. Speicherraum brauch ich nicht. Ich mach Crade eben durch und danach kann ich von mir speichern. Jupp. Zuverdächtig. Ähm. Ah, das waren die Fische, die ihre Augen verlieren, sobald ich sie töte. Mit Legs. Ja, okay, darf ich jetzt mal hier durch? Danke, dass du deine Augen verloren hast. So. Open your eye. Und die. Oh, ich dachte, du schießt mir noch was ins Gesicht, so. Great. Roar. So, hier, friss Raketen. Schmecken lecker. Sind gut für die Gesundheit. Hier, Raketen. Gut für die Gesundheit. Aue, jeit. So, hier. Ein. Hoch. Komm, mach auf. Ich will dich doch nur füttern. Ich will dich doch nur füttern. Hier. Guck mal, Mama Samus macht doch nur Essen für dich. Mach auf. Sack A. Sack A. Sack A. Sack A. Aua. Aua, Mann. Sack A. Sack A. Sack A. Nein. Du bist, das war's schon? Du bist eine Lusche, weißt du das? Hier. Da, 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 und wir können nicht raus. Wir können nicht raus. Ja, komm, explodier schneller. Danke. Du musst ja auch alle Zeit der Welt nehmen, um zu sterben, oder was? Mann, Mann, Mann. Asoziales Idiot. Äh, nein. Asozialer Idiot. Speed Booster. Ja. Jihau. So. Der Kohn mit sein muss. Damit du zufrieden bist, du dumme Statue. Komm, begrapsch mich. Danke. Okay, und? Anlauf. Und Speed Booster aktivieren. Speed Booster in Zeitlupe. Speed Booster in Zeitlupe. Speed Booster. ist fertig. Okay. So, mal sehen. Ich kann auch so hier durch. Okay, kann ich nicht. Nein. Boah. Beinahe. So. Gehen wir mal so. Jupp. Und hoch. Äh, hallo. Hoch. Danke. Oh, perfekt. So, mal sehen. Hier rein. War hier noch was? Speedbooster. Okay. Ich glaube, hier war nichts mehr. Oder? Ne, stimmt doch. Hier hinten war noch Missles. Und zwar da. Yes. So, und ich glaube, an der Stelle kann man hier extrem geil abkürzen. Autsch. Achso, das ist Säure. So, und zwar laufen. Hoffentlich schaffe ich das. So, runter. Nein. Verdammt. Falsch gesprungen. Okay, nochmal. So. Rennen wir schneller. Los und runter. Äh. Samus. Was machst du da für eine Scheiße? Verdammt. So, rennen. Runter. Nein. Och. Mann, Samus. Tu, was ich dir sage. So, runter. Ja. Scheiß auf die Abkürzung. Hätte ich hier. Na. Speedbooster. Hinstellen. Shine Spark. Und hier einfach durchrocken. Statt alle Viecher hier zu töten. Aber ich kann sie auch töten, wenn es dann unbedingt sein muss. Wow. Hätte ich einfach mit dem Speedbooster hier schön durchgeflogen. Zack. Ja, da. Fertig. Aber Samus will ja nichts. So, ich muss kurz gucken. Wir sind hier fertig. Also kann ich nach oben gehen. Äh. Wut. Samus. Irgendwann schlage ich dich. Weißt du das? Was? Hoch. Ach komm, können wir auch gucken, was hier drin ist, wenn ich schon mal hier bin. Äh. Müssl-Tank. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Düm, düm. Und hier raus. Hier war ich noch gar nicht drin. Was ist hier drin? Hm? Wie ist denn das von dem Raum? Wow, 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 wow. Geht weg von... Oh. Gut, dass ich noch mal hergekommen bin. Ach. Gut, dann müssen wir hier mal Anlauf nehmen. Jo, so viel dazu. Hm. Das muss doch genau reichen. Mann. Und, und, ta. Und nicht da rein so. Jeden Pixel ausnutzen. Ich will einen Energietank haben. Ja. Rüber. Ja, 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 komm, 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 komm. Jawoll. Perfekt, Samus. Und wieder rüber. Gut. Dann hätten wir jetzt schon vier Energietanks. Wow. Was haben wir denn jetzt? Jetzt kann ich wieder nach Norfair. Uh, da passiert was. Die Space Piraten. Mit Ridley. Der Böse guckt. Und sie fliegen auf Cebes zu. So, gut. Jetzt müsste ich irgendwo hier speichern. Jetzt fällt das auseinander. Ich weiß. Da kommt ein Gegner raus. So viel weiß ich auch noch. So, irgendwo ein Speicherraum, bitte. Na gut, dann speichere ich einfach, dann mache ich hier Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.